Also, ihr interessiert euch für Spezialworkshops. Diese Spezialworkshops finden entweder in St. Veit, in der School of Dance oder in Villach statt. Und diese Workshops sind nur am Wochenende, also nur Samstag, Sonntag. Also für Leute, die das kompakt haben wollen, ist das total geeignet. Wir haben fünf Stunden im Gesamt und wie Andi sagt, es ist vom Samstag und Sonntag und ihr seid Zuhausegeschichte, auch mit einem Übungsvideo, Gitanzt from Andy and me. Sie haben die Schritte langsam und zur Musik getanzt und dann, ihr könnt es uns zuhause anschauen und hoffentlich mit diesem Video üben und nicht schreiten. Wenn man tanzt nicht, das soll ja Spaß machen. Also, Spezialworkshops, nur am Wochenende, nur ein Tanzen, was wir bis jetzt gemacht haben waren. Discofox machen wir sehr oft. Wir machen Tango Argentino teilweise, Boogie und Schaut einfach auf unserer Homepage und ihr seht das ja jetzt. Also, haben wir auch schon gemacht. Unten ist da dann wieder der Link und da könnt ihr dann schauen, was wir halt zum jeweiligen Zeitpunkt anbieten und wir hoffen, wir sehen uns bald.